Hallo liebe Tiefsee-Freunde, zu einem neuen Video und zu einer neuen Videoreihe, die wir hier mit beginnen. Das ist das erste Video zu einem neuen Spiel auf diesem Kanal und zwar heißt das Spiel PS 2021. Und zwar geht es hier um die Fußball-Europameisterschaft, die ab morgen zum Zeitpunkt dieses Videos beginnen wird. Und wie ihr seht, ist das der Spielplan der Fußball-Europameisterschaft. Wir werden in den nächsten gut vier Wochen gemeinsam diese Europameisterschaft erleben und spielen. Hab schon fleißig geübt, dass ich mich nicht ganz blamiere. Und Ziel ist es, dass wir jedes einzelne Spiel selber spielen werden. Also ich werde eine Mannschaft steuern, der Gegner wird dann der Computer sein. Auf dem Level für Fortgeschrittene, das schon mal vorweg. Also so ein mittlerer Schwierigkeitgrad. Ich werde nicht der Beste sein, aber auch nicht so ganz der Schlechteste. Ich hoffe, dass ich trotzdem ein paar Tore schieße und vielleicht auch mal gewinne. Ja, den Spielplan seht ihr. Also das werden unsere Spiele sein bis durch zum Finale. Aber wir werden die Spiele so spielen, wie wir es eben können. Und die Mannschaften, die dann weiterkommen in die nächste Runde, also Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter, eben so, wie wir sie selber spielen. Also nicht, wie es in der Wirklichkeit ist, sondern so, wie wir eben das Turnier hier online zocken. Mannschaften seht ihr. Wir gehen dann noch im Einzelnen auf die Mannschaften ein. Video für Video, Spiel für Spiel. Jedes Spiel wird dann ein Video sein. Spielzeit wird natürlich zweimal 90 Minuten in der Vorrunde sein. Und dann ab dem Achtelfinale gibt es dann Verlängerung und Elfmeterschießen. Video-Dauer wird wahrscheinlich so, ja, ich schätze jetzt mal so um die, ja, 20 Minuten sein. Plus, minus, ne, je nachdem. Jo, ich hoffe, es macht euch Spaß und ihr seid genauso heiß auf die Fußball-Lopameisterschaft wie ich. Und dann sage ich gute Unterhaltung. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.